Bitte alle auf ihre Plätze! Wir heiraten in zwei Stunden. Wer ist denn das? Das ist mein aller allerbester Freund aus dem Kindergarten. Das ist ungefähr der netteste Mensch, den ich kennengelernt habe. Warte oder Bräutigam? Ich hab'n Bräutigam in den Hof hat. Ich muss da morgen in ihm in die Augen gucken und ihn fragen, ob er das sich wirklich antun will. An seinem Hochzeitstag, das ist ein bisschen spät vielleicht. Ich hab gerade geheiratet. Im anderen Universum ist anders. Es gibt Millionen von Universen. Das! Ich hab das Gefühl, ich hab's ja alles schon mal gesehen, eigentlich erlebt, gesehen. Schon wach? Ich bin auf einer Hochzeit und jetzt weiß ich, dass ich schon mal hier war. Das ist mein guter Freund Anton. Okay, dann. Pass auf dich auf, auch mal hier. Guter, guter Freund. Können wir dann doch jetzt einfach gehen? Es ist ja gerade, ich kann hier nicht raus. Ich muss hier irgendwas machen. Ich... Mann! Hey, dachte du bist auf der Hochzeit? Ja, warte nicht. Ich mach mir heute einen schönen Tag mit mir selbst. Wenn ich mich jetzt wieder schlafen lege, dann weißt du nichts von gestern. Oder vorgestern. Ja, du hast gerade eine ganz, ganz böse Scheiße gedacht. Nein. Doch. Ich hab mit meinen Mitbewohnern geschlaft. Nicht nur einmal, sondern immer, immer wieder. Und magst du ihn? Ich weiß nicht, schon sehr. Ich bitte dich, die Hochzeit jetzt sofort zu verlassen und nie wieder zu kommen. Sag einfach die Wahrheit. Lass sie heiraten. Das ist ihre Entscheidung. Lass es dich nur mal mit dir! Alter! Was ist der Ton? Kannst du mir bitte sagen, was ich machen soll? Nichts. Einfach lächeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017